Hallo, mein Name ist Gabriele Pietermann, ich bin Synchronschauspielerin und öffne heute gemeinsam mit euch das nächste Türchen im Gilde-Adventskalender 2023. Ihr hört einen Text von Dialogbuchautorin Enne Tröster. Ein frisch rasierter junger Mann namens Renfield kam einst per Kutsche am Wirtshaus eines kleinen transsilvanischen Dorfes an und verlangte Weiterfahrt zum Schloss des Grafen Dracula. Und waren auch erst kaum vier Minuten unseres Films vergangen, hätte das schon das Ende sein können, denn der Wirt fasste zusammen. Dracula, mehrere Frauen, heulende Wölfe und dazu noch womöglich Vampire, die nach Mitternacht das Blut ihrer Opfer trinken. Jeder vernünftige Mensch würde nun im Schankraum gemütlich ein paar Bierchen zischen, schlafen gehen und am Morgen wieder zurück nach Hause fahren. Nicht so Renfield. Er hatte Geschäftliches mit dem Grafen zu erledigen. Das würde ihm bald zum Verhängnis werden, aber es war gut für die Welt. Denn hätte Renfield in vorbildlich kolonialistischer Haltung gegenüber dem in lokale Tracht gewandeten Ortsvorsteher die Warnung nicht als Folklore abgetan, wäre uns einer der ikonischsten Momente der Filmgeschichte entgangen. Der Auftritt von Dracula in seinem Schloss. Und es gab viele Draculas. Die einen verführerischer, die anderen blutiger, aber keiner war so schlicht und einfach Dracula wie Bela Lugosi, der so selbstverständlich durch Manns hohe unversehrte Spinnennetze ging wie andere in die Küche. Seine Ausführungen über Wölfe, Spinnen und Blut hätten dem blauäugigen Renfield nun wirklich endgültig genug Warnung sein müssen, aber der dachte sich, egal, Hauptsache das Gepäck ist angekommen. Nun ja, bald würde das Gepäck seine geringste Sorge sein, denn Dracula nahm sich das Recht des Hausherrn, scheuchte seine drei Frauen davon, bediente sich an Renfields Blut und hatte so einen ergebenen Diener. Während der Überfahrt nach England futterte sich Dracula dann noch durch die gesamte Schiffsbesatzung und ging nach seiner Ankunft erst mal in die Oper. Ob ihn das zu der gequälten Aussage trieb, es gäbe viel Schlimmeres, das der Mensch erleben könne, als den Tod, ist nicht überliefert. In der jungen Lucy fand der gute Graf eine Seelenverwandte, aber statt ihr zu ihren morbiden Trinksprüchen zu gratulieren, saugte er sie lieber schnell aus. Man gönnt sich ja sonst nichts. An ihrer Freundin Mina bediente er sich auch ein bisschen. Es dauerte nicht lang, da hatte Professor van Helsing verstanden, wer Dracula war. Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, geprägt von inniger Abneigung und einem gehörigen Respekt, war leider außerordentlich statisch. Da war zwischen Peter Cushing und Christopher Lee deutlich mehr los. Die Close-Ups von Bela Lugosis hypnotisierendem Blick entschädigten allerdings sowohl für den Mangel an Action als auch für die viel zu häufigen Auftritte des irregewordenen Renfield. Doch spätestens als Mina ihrem Verlobten eine Vorliebe für Nebel gestand, ist klar, das kann man nicht so lassen. Dieser Dracula musste weg. Zum Glück wurde es hell. Man fand Dracula schlafend in seinem Sarg und so war es relativ unproblematisch, ihm den vorgeschriebenen Pflock durchs Herz zu treiben. Van Helsing blieb noch ein Momentchen bei ihm, während Mina mit ihrem Verlobten zu angedeuteten Hochzeitsglocken ins Eheglück schritt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017